so wir sind jetzt hier an der kohlenbahn in haslinghausen an der kohlenbahn und wollen was neues ausprobieren mit unserer e-bike und zwar wollen wir die neue verbindungsstrecke von nordbahntrasse nach scheequellenburg und dann wollen wir das alles per video aufnehmen so später dann mal ein bisschen mehr los geht's und dann mal ein bisschen mehr los geht's so 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 Radweg vom Balanché zum Tunnelschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020